Hey, du hast dieses Video eingeschaltet, aber nicht nur hier gibt's coolen Content, sondern auch hier bei Stay Zockt oder hier beim zweitklassigen Reaktionen-Kanal mit nicht so zweitklassigen Reaktionen, aber die hier nicht drauf passen und hier unten unser Nachrichtenportal von Meinungsmacher. Da gibt's Nachrichten einmal die Woche am Samstag und jetzt weiter mit dem Video. Wie viel würdest du sagen sind das? Wie viele Menschen mit Migrationsgeschichte leben in Deutschland und wie viele davon sind nur hier, um unser Sozialsystem auszunutzen? Naja, gut, du meinst, es hat ja schon ein bisschen vorher angefangen. Wir haben ja schon vorher Probleme gehabt mit sämtlichen Clans in Düsseldorf, ist ja sehr bekannt, mit No-Go-Zonen. Versuch mal die Frage zu beantworten. Wie viel Prozent der deutschen Bevölkerung haben Migrationsgeschichte und wie viele davon sind nur hier, um das Sozialsystem auszunutzen? Okay. Okay, let's go. Gut. Ja. Ja. Sagen wir mal vom Grund auf, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so aufstellen muss, 80 Millionen waren wir am Anfang. Das ist schon vermehrt worden. Ich weiß nicht, ob wir 80 Millionen am Anfang waren. Also, 80 Millionen, man gibt ja den Anteil einer Bevölkerungsgruppe immer in Prozent an, weil man es dann eben nicht von Zahlen abhängig machen muss, sondern man dann prozentuale Angaben hat. Ja, ich sag's halt direkt, 80 Millionen waren wir davor, bevor das Ganze hier angefangen hat. Was meint er mit Anfang? Den biblischen Anfang? Die Urknalltheorie? Was für ein Anfang? Und da waren da schon viele Migranten mit drin. Ja. Auch wirklich supergeniale, die auch gearbeitet haben und die sich auch... Die guten Ausländer. Gute Ausländer, böse Ausländer, Sozialbetrug ist ein Problem. Auch wirklich integriert haben und so weiter. Die meisten Migranten kamen übrigens nach Deutschland, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir hatten da eine ziemlich ausgedünnte Gesellschaft und... Das war dünn, war wirklich eng. Da waren wir keine 80 Millionen. Also, ich weiß ja nicht, wann wir anfangen. Du müsstest das dann zeitlich einordnen. Also, was meinst du? Meinst du 2015? Nö, ich würde sagen 2000... Wahrscheinlich sogar vor, 1990 waren wir schon 80 Millionen. Also, 1990, ich glaube, die Zahl mit 80 Millionen... Einwohner in Deutschland. Ähm... Kann ich aber jetzt nicht genau sagen. Aber ich glaube, 1990 war das mit 80 Millionen. Ne, ich glaube, 1990 waren wir ein bisschen weniger als 80 Millionen. Und... So. Ähm... Aber ungefähr vielleicht, ja. Kannst du mir Prozente nennen? Eine prozentuale Anzahl der Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland. Aber ungefähr, ja, ungefähr. Lass mal, okay. Migrationsgeschichte oder Leute, die eingewandert sind und komplett... Weil Geschichte ist ja... Migranten, Ausländer. Wie viele Ausländer haben wir in Deutschland? Prozentual. Wieso sagst du... Ich sag nicht... Ich sag nicht... Ausländer. Sorry, ich dachte, ich frisch den Diskurs ein bisschen auf. Wie viele... Kurze An... Yu-Gi-Oh!-Analogie. Wie nennen wir den Typen eigentlich? Wie hat er sich genannt? Wurde der angesprochen? Hat er einen Internetnamen gehabt? Weiß das jemand? Jimmy. Ach, der heißt Jimmy. Okay, dann nennen wir ihn Jimmy. Also, was der Jimmy gerade gemacht hat. Er hat einen schwarzen Magier im Angriffsmodus gespielt. Karl hat daraufhin eine Fallenkarte aktiviert. Die Fallgrube. Aber Jimmy hatte auch eine verdeckte Karte auf seinem Feld liegen. Und das war das Tool der Banditen, was die Fallengrube ausgehebelt hat. My Yu-Gi-Oh!-Bros understand. My Yu-Gi-Oh!-Bros understand. Wie viele Ausländer haben wir... Ich esse extrem. Wie viele Ausländer haben wir in Deutschland, prozentual? Prozentual würde ich sagen, ähm, sind es zwischen, wenn du es jetzt jetzt sagst... Ja, das ist doch... Warum sagt er nicht? Er weiß es nicht. Bis zu 30 Prozent. Ja, nee. Also, es ist knapp die Hälfte davon. So 14 Prozent. Also, sagen wir mal, zwischen 12 und 13 Millionen. Wie viele von denen... Wie viele von denen... 15 Millionen. Ja. Das sind aber 30 Prozent, würde ich sagen. Ich brauche ganz kurz eine Pause. Ich brauche nur kurz eine Pause. Okay, fassen wir nochmal zusammen. Also, sagen wir mal... Sagen wir mal, zwischen 12 und 13 Millionen. Wie viele von denen... Wie viele von denen... 12 und 13 Millionen. Ja. Das sind aber 30 Prozent, würde ich sagen. Nee, das sind 14 Prozent. Wieso sind... Zwischen 12 und 13 Millionen 14 Prozent? Das passt doch nicht. Wenn wir 82 Millionen sind, dann sind 12 bis 13 Millionen keine 14 Prozent. Das geht doch nicht. Das passt doch nicht. Oh mein Gott. Wie viel sind 10 Prozent von 80 Millionen? 8,0. 8 Millionen, ne? Ja, genau. Wie viel sind dann 15? Ähm... Komm mal, die Hälfte oben drauf einfach. Ja, das machen wir. 16 sind 20 Prozent. Genau. Hä? Hä? Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Hä? Kann mir mal ganz kurz jemand erklären, was das hier ist, Digga? Ich hab den Rechenweg vielleicht nicht verstanden, aber kann ich mir das nochmal anhören jetzt? Prozent, würde ich sagen. Nee, es sind 14 Prozent. Wieso sind 12 und 13 Millionen 14 Prozent? Das passt doch nicht. Wenn wir 82 Millionen sind, dann sind 12 bis 13 Millionen keine 14 Prozent. Moment, das geht doch nicht, das passt doch nicht. Wie viel sind 10 Prozent von 80 Millionen? 8,0. 8 Millionen, ne? Ja, genau. Wie viel sind dann 15? Ähm... Komm mal, die Hälfte oben drauf einfach. Ja, das machen wir. 16 sind 20 Prozent. Das ist ja unfassbar. Alter, das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal. Das... Das meint der doch nicht ernst. Warum... Was? Genau. Und jetzt gehen wir halt in die Mitte. Von 10 und 20. Ja. Mitte 10 und 20, was? Ist ja auch egal. Wie viele von... What the fuck? Den sind nur hier, um unser Sozialsystem auszunutzen. Ja, Moment mal. Moment mal. Redest du eigentlich jetzt gerade von neuesten, relevanten Leuten, die jetzt hier zugewandert sind? Oder redest du allgemein, wie viele Leute jetzt hier als Ausländer sind? Also, weil das ist auch wieder ein Riesenunterschied. Und das stimmt auch nicht, was du jetzt gerade sagst. Es sind nicht nur 13 Prozent oder 14 Prozent. Das stimmt überhaupt nicht. Wir sind viel mehr Prozent an Ausländer insgesamt. Das stimmt überhaupt nicht. Was ist ein Ausländer für dich? Vielleicht sollten wir das definieren. Ausländer, die vom Ausland hier nach Deutschland gekommen sind. Auch wenn sie eine deutsche Staatsbürgerschaft bekommen haben, aber die als Ausländer hier in Deutschland sind. Also, Entschuldigung, das muss man ja auch berücksichtigen. Ah, okay. Also ist jemand mit einem deutschen Pass für dich, der aber nicht weiß ist, ist auch ein Ausländer? Er ist kein Deutscher, kein Originaldeutscher. Oh, what? Was ist denn Originaldeutscher? Ein Deutscher ist mit arischen Hintergründen, also der aus Deutschland kommt. Habe ich das gerade richtig gehört? Habe ich das gerade richtig gehört? Habe ich das gerade richtig vernommen, was der gerade gesagt hat? Nee, no fucking way hat er das gerade gesagt. Mit einem deutschen Pass für dich, der aber nicht weiß ist, ist auch ein Ausländer? Er ist kein Deutscher, kein Originaldeutscher. Entschuldigung. Was ist denn Originaldeutscher? Ein Deutscher ist mit arischen Hintergründen, also der aus Deutschland kommt. Was ist denn ein arischer Hintergrund? Aus Deutschland, ohne ausländische Vorfahren. Ja, das stimmt ja nicht. Aria sind ja nicht nur in Deutschland, also das kann man ja nicht sagen. Dann wäre ja zum Beispiel ein Pole, wäre ja auch ein Aria. Germane. Ein Germane. Ein Germane, also ein Germane ist eine sprachliche Zuordnung, da geht es um eine kulturelle Sprache. Nö, ein Germane ist auch ein Volk. Nein, nee, nein. Ich möchte nochmal dazu sagen, der hat uns versucht am Anfang klarzumachen, dass der ja gar nichts gegen Ausländer hat und dass der so viele ausländische Freunde hat und dass das eine ausländische Frau ist, dass er eine ausländische Frau hat, während er jetzt von, wer ist eigentlich der Deutsche, von irgendwas von arischen Wurzeln redet und von Germanen. Weißt du, wie man sowas nennt heutzutage? Leider. Leute, um die auch gekämpft wird. Heutzutage nennt man sowas, was der darstellt, Protestwähler. Hm, ja, genau. Wir sind als Germanen damals, in römischer Zeit sind wir als Germanen ausgesprochen worden. Ja, genau, und germanische Völker haben sich durch Sprache unterschieden, das ist einfach Geschichte. Also das ist, Germane ist jetzt keine Zugehörigkeit nach Ort, Fleck auf diesem Planeten, Germane ist eine sprachliche Zuordnung. Ja, also wenn du... Ach, die Germanen, was redet er? Hat er ein bisschen zu viel für Asterix und Obelix geguckt oder was? Darauf hinaus, Wilsch. Nee, wenn du sagst, für mich sind nur Arier Deutsche, dann ist ja der Pole, der in Deutschland lebt, der ist ja ohne deutschen Perso, der ist ja Deutscher, weil er ist ja Arier, oder nicht? Weil der kommt ja aus einer Region, wo Arier geboren werden, oder? Also wenn der aus Danzig kommt oder Breslau oder Stettin oder so, das ist ja dann Arier. Aber, 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 aber Entschuldigung, Arier ist jetzt wieder ein bisschen kurzläufig, weil Arier sind aus den Zeiten auch mit dem Zweiten Weltkrieg. Der war Polen, Deutschland und da, das kann ich auch so wieder nicht benennen. Du hast Arier gesagt. Ich nutze das überhaupt nicht, weil es halt, also ich bin... Doch, hast du doch gerade. Ja, um dich Hops zu nehmen. Also das ist ja, ich benutze ja nicht Arier als Zuordnung. Das ist ja Quatsch. Ja. Was ist denn Arier? Ja. Hat sich Himmler irgendwann mal aus dem Auge gezogen. Was ist das hier, Digga? Also... Aber du hast es gerade gesagt, das sind doch Arier. Zurück zur Yu-Gi-Oh! An-Referenz. Jimmy hat den schwarzen Magier gespielt. Karl hat eine Fallengrube aktiviert. Jimmy hat das nützliche siebenfache Tool der Banditen gespielt. Aber Karl hat mit Mind-Control die Kontrolle über den schwarzen Magier erlangt und greift Jimmy nun direkt auf die Lebenspunkte an. Ja, weil du gesagt hast, ein Deutscher ist für dich ein Arier. Und dann wollte ich eben auf die, auf den inhaltlichen Fehler und auf diese, weißt du, das ist halt eine Zuordnung, die keinen Sinn ergibt. Aber ein Arier ist auch, tatsächlich, wie du auch sagst, okay, wenn man jetzt mal dein Beispiel nimmt, ein Arier ist auch letztendlich einer, der in Europa mit aufgewachsen ist. Polen gehört zu Europa. Punkt. Gehört ja da dazu. Ähm, ich will jetzt aber jetzt nicht die Deutschen jetzt so eingrenzen, dass ich sag, oh, wir sind deutsch, wir müssen so bleiben, wie es ist. Aber auch da hab ich, auch da hab ich, auch da hab ich ein Problem mit, weil, wenn du sagst, die sind in Europa aufgewachsen, so ein Ukrainer zum Beispiel, der ist ja auch in Europa aufgewachsen, war allerdings... Nein, ist schon nicht. Na klar. Nein, nein, die Ukraine gehört nicht zu Europa. Nein, ist schon nicht. Ukraine ist Europa. Was? Was? Oh mein Gott. Wo, wo ist bei dir Ukraine, Europa? Ukraine gehört nicht zu europäischen Dings. Oh Gott, er, 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 er versteht den Unterschied zwischen der Europäischen Union und Europa nicht. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hä? Was? Digger, was? Ich dachte, weißt du, was ich dachte? Ich dachte, ich muss hier irgendwelche Quellen mal zwischenzeigen, damit man, aber jetzt mal ganz ehrlich, come on, bro, come on. Das ist doch jetzt, jetzt wird's doch, ach du meine Güte. Es ist vielleicht ein europäische Volk, aber das ist genau auch dieses Problem, was wir gerade mit Russland haben, ja? Ist Polen Europa? Ja klar, Polen ist Europa. Und die Ukraine nicht? Nein. Warum? Oh mein Gott. Alter, der muss doch, der ist doch besoffen, oder nicht? Da muss, ich kann mir nicht erklären, was... Weil genau, wie ich dir gerade schon sagte, dass das Problem ist, was Putin auch hat. Gerade im Moment mit Ukraine. Hä? Karl sitzt einfach nur da. Karl sitzt einfach nur da und sagt... Ähm... Okay. Versteh ich nicht, aber es... Entschuldigung. Nein, du kannst ja auch hinterfragen. Ähm, dann frag mich doch einfach. Ja, okay, versteh ich nicht. Ja, okay. Warum passiert das hier? Was zur Hölle? Dann weiß ich nicht, was du da nicht verstehst. Ähm, ähm... Ich meine, Ukraine ist zwar in Europa mit aufgenommen, von einem Teil, aber nicht alles. Hä? Und das ist ja auch jetzt gerade sehr umstrittig. Oder siehst du, ist das anders? Also er meint den Teil, den der Autokrat Putin für sich beansprucht, was dazu Folge haben wird, dass er den Rest auch für sich beansprucht, wie Peter der Große, oder was? Siehst du, siehst du jetzt gerade diesen Krieg mit Russland und Ukraine irgendwie so neutral und denkst so, ah ja, klar, ja, ähm... Kommt das auf YouTube? Oh, das kommt sowas von auf YouTube. Aber es wird eine XXXL-Reaktion. Nee, ich sag gar nicht neutral. Putin ist ein faschistischer, imperialistischer Diktator, der in den Eroberungskrieg, äh, 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 in der europäischen Demokratie führt. Das ist gar alles andere als neutral. Und dann ziemlich parteiisch sogar. Okay. Weißt du überhaupt, wie der Krieg angefangen hat? Oh nein, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht die NATO. Bitte nicht die NATO. Nicht die NATO. Nein. Mit Soldaten wahrscheinlich, die in die Ukraine marschiert sind. Wann, wann, wann es angefangen hat. Ach so. Was war das? Meinst du Donbass-Konflikt, oder wollen wir 2006 Georgien machen? Nee. Oder 1991, als die Sowjetunion aufgelöst worden ist. Ich rede, ich rede über die Krim. Ach, du redest über die Krim. Okay, also ich meine, da sind ja auch Leute unterschiedlich. Die nehmen immer irgendeinen wirkürlichen, ihnen gerade in den Kram passenden Konflikt start. Also 2014, als russische Soldaten in die Krim marschiert sind. Das ist für dich der Kriegsstaat. Ähm, 2014, als russische Menschen in der Ukraine sich von den Unterdrücken befreit haben, mit Separatisten. Gekillt wurden und einen Sturz gab und so weiter. Ich weiß sehr genau, was der für Medien liest. Ich weiß sehr genau, was der für Zeitungen liest. Man kann förmlich erahnen, woher der seine Informationen bezieht. Und die illegal gekillt wurden, russische Leute in der Krim. Ja, wir waren ja jetzt, wir waren ja jetzt, wir waren ja jetzt beim deutschen Volk. Das interessiert mich jetzt auch ein bisschen, ein bisschen mehr. Ähm, also der Deutsche ist ein Arier, ja. Und jemand, der nicht arisch ist, ist auch kein Deutscher. Was machen wir denn mit denen? Was machen wir, was machen wir, was machen wir mit den deutschen Staatsbürgern, die einen deutschen Perso haben, aber keine Arier sind? Was machen wir mit denen? Was will ich mit denen machen? Ähm, ich weiß nicht, was du mit denen vorhast. Ich hab mit denen nix vor. Gar nicht hat er mit denen vor. Er hat überhaupt nix mit denen vor, er kategorisiert die nur schon mal. Warum maßt sich Karl wieder an, dieser Linksextreme, vor zu behaupten, dass er irgendwas mit denen vorhat? Der kategorisiert die doch erstmal nur. Der sortiert die doch erstmal nur. Hä? Man darf nicht vergessen, dass Jimmy auch ausländische Freunde hat und eine Frau, die aus dem Ausland kommt. Wenn sie alles akzeptieren und sich dem deutschen Recht beugen, somit ist mit denen nix zu machen, weil ich die okay finde. Auch wenn es ein Türke wäre, auch wenn... Puh, gerade die Türken, weiß ich ja nicht. Wenn es ein Syrier wäre, auch wenn es irgendwas wäre, die wären alle akzeptiert. Das wäre alles in Ordnung, weil man kann mit den Leuten zusammenleben, wenn sie es akzeptieren. Aber sobald jemand denkt, durch die Religion über ein Recht gestehen, was in einem Land steht, dann habe ich was dagegen. Ich auch. Wenn sich nicht an gesellschaftliche und dann auch in meinen Augen moralische Gesetze gehalten wird, dann sollten diese Leute bestraft werden dafür. Und man sollte im besten Fall versuchen, sie zu resozialisieren. Jetzt stellt sich mir nur die Frage, warum wir dann so eine pauschale Verurteilung von Flüchtlingen haben. Also, wenn du... Du bist ja mit Sicherheit für die Abschiebung von Flüchtlingen, nicht wahr? Ich bin von Wirtschaftsflüchtlingen auf jeden Fall für die Abschiebung, ja. Genau, aber wirtschaftliche Flüchtlinge haben ja gegen kein deutsches Recht verstoßen. Aber die kommen hier nur wirtschaftlich rein und... Was verstößt ihr nicht gegen ein Gesetz? Hä? Also, wenn jemand wegen Armut in seinem Heimatland nach Deutschland kommt, hier Deutschland und dann arbeitet, ist er ja auch ein Wirtschaftsflüchtling. Das heißt, der muss dann gehen? Die leben aber trotzdem in sicheren Ländern und haben nicht das Recht, hier einfach einzumarschieren und dürfen hier dann leben so... Nee, haben sie nicht. Naja, klar, welches Recht? Genauso wie... Warum in jedem Land auf der ganzen Welt darfst du nicht einfach einmarschieren? Also, einfach reingehen? Ja. Aber Deutschland muss es akzeptieren. Deutschland muss akzeptieren, dass jeder hier reinkommen darf, wie er will und wann er will. Also... Oh mein Gott. Entschuldigung. Nee. Das ist genau das, wogegen ich bin. Also, warum soll jetzt hier jeder reinkommen dürfen, nur weil er dann vom Sozialstaat lebt und von unserem Geld, was wir erarbeitet haben? Und ich weiß nicht, ob du... Entschuldigung, ich möchte dich jetzt nicht persönlich angreifen, aber ich weiß nicht, ob du arbeitest, du machst dein YouTube, vielleicht verdienst du genug Geld, aber viele hier wahrscheinlich im Chat nicht. Wir arbeiten... Die sind arbeitslos bei Karl. Viele, viele. Und die kassieren unser Geld. Und unsere Großväter und sonst was... Ja, die haben dafür noch gekämpft. Zum Glück bei mir nicht. Ja. Aber andere, was ich jetzt schon sämtliche Leute gesehen habe, die dürfen irgendwelche Plastikflaschen aufsammeln, damit sie noch irgendwie Geld zusammenkriegen. Und die werden nicht... Also Rentensystem wird total nicht unterstützt. Aber solche Leute werden komplett unterstützt und kriegen hier die Kohle in den Arten gesteckt. Und das mag ich nicht. Und mein, wenn dein Chat darauf so steht, hier den Leuten das Geld in den Arten zu stecken, aber ihren eigenen Eltern oder Großvätern oder sonst was nicht. Und ja, gut. Also... Holy F***, Alter. Ist das eine verzerrte Gesprächsführung. Also der ist ja komplett überall. Der geht von Rente zu Sozial, zu Wirtschaftsflüchtling, zu Ukraine gehört nicht zu Europa. Der ist vollkommen überall. Der ist nur nicht in der Wirklichkeit. Der ist überall außer in der Wirklichkeit, Alter. Holy F***. Und, Ladies and Gentlemen, ich darf es jetzt sagen, ich habe mich schon die ganze Zeit darauf gefreut, nach all dem, was wir gehört haben, ist der wahlberechtigt. Der gibt seine Stimme einer rechtsextremen Partei. Dann tut es mir leid. Aber das kann ich nicht verstehen. So ist es. Gut. Müssen wir ein bisschen in die Volkswirtschaft. Weißt du, wie sich die Rente und das Sozialsystem finanziert? Also ist das ein Pott oder sind das zwei unterschiedliche Pötte? Ganz grob. Ganz grob. Die Rente. Die finanziert sich durch uns Arbeiter. Das ist, und, ja. Ich weiß jetzt nicht, was du meinst mit zwei Pötte oder einem Pott, aber wir zahlen. Ladies and Gentlemen, ich möchte kurz auf das wundervolle Ambiente dieses Gesprächs aufmerksam machen. Ladies and Gentlemen, hört nochmal zu. Die Rente. Die finanziert sich durch uns Arbeiter. Ich weiß jetzt nicht, was du meinst mit zwei Pötte oder einem Pott, aber wir zahlen die. Das ist sicherlich das eine oder andere Oettinger umgefallen gerade. Die Rente. Wir zahlen die Steuern dafür. Prost an der Städte. Für wir von uns. Da ist sicherlich, da knippert es. Da hat jemand lange, aber lange nicht mehr den Pfand weggebracht. Was die Regierung damit macht, in welcher Pötte jetzt was geht, kann ich dir jetzt leider nicht sagen. Die Regierung macht das. Also, um das mal ganz grob abzureißen. Die Rente war ja schon immer scheiße. Seit wann haben wir Probleme mit Rentenkassen? Also seit wann müssen unsere Rentengilder auch aus anderen aufgestockt werden? Subventioniert? Wenn ihr Pötte nichts sagen, dann wird ihr auch Budget nichts sagen. Also, seit wann reicht das, was reinkommt? Was machst du mit Pötte? Was machst du mit Pötte? Budget ist es jetzt ein... Es gibt ja Budgetierung, wo man deswegen umgangssparlich sagt, man packt Geld in Töpfe. Also, du hast eine Gesamtlänge an Geld. Pötte, Töpfe, ja, ja. Genau. Und dann haben wir einen dicken Pott und das ist ein dicker Rentenpott und im besten Fall, alle, die arbeiten, zahlen da rein, damit es dann rausgeht an die Leute, die in Rente sind. Das ist ja schon vor sehr vielen Jahrzehnten gescheitert. Ne? Mhm. Die Annahme, die viele Menschen haben, weil sie eben durch Bild-Zeitung und Co. dazu getrieben werden, das zu denken ist, dass je mehr Leute unser soziales Auffangbecken nutzen, also je mehr Leute soziale Hilfe beziehen, desto weniger Rente geht an Rentner. Das stimmt nicht. Rentner bekommen immer ihr Geld. Ja. Allerdings aus anderen... Nein, das stimmt nicht. Jimmy, warum stimmt das nicht, Jimmy? Na doch, wann wurde denn... Nein, darf ich dich kurz unterbrechen? Natürlich. Weil genau das ist, das ist genau unser Sozialproblem. Genau das ist nicht der Fall. Okay. Ähm, man hat... Das ist nicht mal die Hälfte, ich gehe dieses ganze Video durch. Ist mir scheißegal. Wir haben noch eine ganze Stunde vor uns und wenn diese Reaktion vier Stunden dauert, es ist mir jetzt egal. Ich bin jetzt drin. Ich bin jetzt in dieser Reaktion involviert. Ich gehe jetzt hier durch. Bis zum Ende. Geld. Für jeden Asylant, der jetzt hier reinkommt, nach Deutschland, dafür hat man Geld. Und die kriegen richtig mega viel Kohle. Auch für ihre Kinder kriegen sie mega viel Kohle. Aber irgendwie hat man kein Geld übrig für die Rentner. Also der ist ja fast ein... Das ist ja eine AfD-Enzyklopädie des Populismus. Der sagt ja einfach, das ist ja wirklich... Der wird mich nicht wundern, wenn der mal angereist ist zu einer Demo zu den Freien Sachsen irgendwo in Dresden, Digga. Das ist ja wirklich... Das ist ein AfD-Abziehbild. Du hast recht. Das ist das wirklich. Das ist das wirklich. Der hat wirklich... Da ist alles... Du kannst so ein Best-of... Best-of-Populismus-rechtsextreme Sprüche der AfD und das könnte der zitieren. Der würde einfach... Der würde einfach immer weitermachen. Ähm... Ne. Da stimmt Verhältnis nicht. Ja. Hat keine Ahnung, wovon er redet. Und das ist genau das Problem, was wir haben. Unsere Rentner, die hier auch ewig lang gearbeitet haben und auch Geld reingesteckt haben... Die ersticken an... Plastikflaschen. Armut. Oh. Aber Asylanten, die kriegen Wohnung. Es... Es wurden doch jetzt auch Wohnungen geräumt im Norden oben. Ja. Zum Glück bei mir im Süden noch nicht. Wo Rentner gewohnt haben, die mussten die Wohnung räumen. Vielleicht hast du davon mitbekommen. Und da wurden neue Asylanten reingeschickt. In diese Wohnung. Und... Entschuldigung. Man achtet da nicht drauf, was passiert mit diesen Rentnern, die jetzt da ausziehen mussten. Ich finde das absolut nicht okay. Das ist nicht okay. Und da kannst du auch deine Sarah Wagenknecht fragen, die sagt genau das Gleiche. Du, ich... Sarah Wagenknecht ist nicht meine. Es ist schon lange nicht mehr meine Sarah Wagenknecht. Ich fand die mal richtig süß und ich war mega verliebt, aber dann ist sie halt mit dem Lafontaine und dann... Also es war für mich schon ziemlich schlimm. Es ist schon lange nicht mehr meine Sarah. Aber vorhin hast du noch gesagt, du findest sie ganz toll. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ich fand die richtig... Ich fand die... Ja. Ja, okay, Entschuldigung. Wollte dich nicht unterprägen. Ich fand sie richtig toll, als sie noch eine kleine Kommunistin gewesen ist. Na? Mhm. Ja. Ähm. Also was ich tatsächlich gesagt habe, ist, dass ihr... dass die Bündnis Sarah Wagenknecht in der Wirtschaftspolitik sehr viele richtige Ansätze verfolgt. Das liegt aber vornehmlich an Leuten wie Demasio und so, die halt da wirklich ein Peil von haben. Aber das hat nichts mit der Bewertung von Sarah Wagenknecht als Person oder Politikerin zu tun. Die finde ich ganz furchtbar. Ich hab jetzt noch mal eine Frage zu dem allgemeinen Verständnis von Rente und Sozialhilfe. Glaubst du, dass wenn wir die Ausländer raus haben aus Deutschland, dass dann die Rentner und Rentnerinnen mehr Geld bekommen? Würde man nicht so viel Geld in den Ausland verschwenden für irgendwelche Sinn... ...irgendwelche Fahrradwege in Peru? ...losen Förderung im Ausland und gegebenenfalls auch für diesen neuen Politikbau da, was sie da bauen wollen und so. Ja, auf jeden Fall. Weil das... Wie lange würdest du in solchen Talks durchhalten? Ich hab hier mega Respekt vor Karl. Ich würde das niemals machen. Ich begrüße das aber auch sehr, dass es existiert, weil das ein Exemplarbeispiel dafür ist, dass man solche Leute nicht gewinnt. Du kriegst diese Leute nicht zurück. Ich finde das mega. Ich bin ein großes Kompliment, Karl, aber auch für mich seit meiner besten Freunde so. Ich bin beeindruckt, möchte ich fast sagen. Ich könnte das nicht, aber ich würde es auch, glaube ich, auch gar nicht versuchen. Also ich würde mich niemals auf so ein Gespräch einlassen, weil ich... Das ist verschwendete Zeit. Und der Beleg dafür, dass es verschwendete Zeit ist, sehen wir hier in Fleisch und Blut. Es ist verschwendete Zeit. Einige Milliarden, was sie da ausgeben, für Nonsen, wo ich sagen muss, das gehört eher den Leuten, die auch dafür gearbeitet haben und nicht diesen hochnäsigen Scholz und was weiß ich noch alles, die jetzt einen Helikopterplatz mit einem riesen Bauplatz da ihre Wohnung da reinhauen wollen und sonst was. Ja, dann glaube ich, man könnte das Geld sehr gut auf die Bevölkerung verteilen, die das Geld nötig haben und ewig lang gearbeitet haben. Warum geht unsere Rente immer höher? Das als Antwort. Na, wäre ja schön, wenn sie immer höher wird, ne? Aber die wird ja immer weniger. Beziehungsweise... Nein, ich meine in meinem Rentenalter. Entschuldigung, Alter habe ich vergessen. Warum das Rentenalter immer höher wird? Naja, demografischer Bevölkerungswandel. Es treten immer mehr Menschen ins Rentenalter ein und viel zu wenige Zahlen in den Topf. Also wir haben viel zu wenig Arbeiter für die Rentner, die wir haben. Das Rentensystem ist zu einer Zeit entstanden, wo die Leute 20, 25, 30 Jahre jünger gestorben sind, als sie das jetzt tun. Also Rente war immer... Viele haben das Rentenalter gar nicht erreicht und die, die es erreicht haben, hatten vielleicht noch ein paar Jährchen. Mittlerweile sind die Leute ja 20, wenn es gut läuft, 25, 30 Jahre in Rente. Und damit haben wir sehr viel mehr... Wie wird man so wie der? Ich meine, der stammelt sich da zurecht und glaubt jedem Bildtitel. Naja, das ist halt... Also ich... In meiner Wahrnehmung und in meinem Umgang mit Menschen, die sowas behaupten, ist das hier der durchschnittliche AfD-Wähler. Das sind diese Protestfehler, von denen gesprochen wird. Also das würde ich jetzt nicht einfach nur mal so sagen, sondern ich sage das mit voller Überzeugung, auf Basis der Tatsache, dass ihr immer wieder Dinge hört, die aus diesen populistischen Sprechchören von dieser Partei kommen. Das ist mit, man kann jetzt sagen, Bildungsfern und so und Medienkompetenz, alles dahingestellt. Aber das ist ja im Kern genau das, was die sagen. Und das ist auch genau das, was sie wollen. Das ist ein vollkommen ungebildeter Mensch, der alles aufsaugt, was diese Leute von sich geben. Und der reproduziert das auch immer nur in Bruchstücken, aber er reproduziert das. Er reproduziert das voll und ganz. Der redet von Auslandsinvestitionen, der redet von illegalen Migranten, der redet von Leuten, die Gruppenvergewaltigung machen, der redet von Abschieb. Genau in diesem Tenor, genau dasselbe. Das ist der durchschnittliche AfD-Wähler. Der redet von Arian, der redet von, die Ukraine gehört nicht zu Europa, vollkommen wirr. All die Sachen, das ist einfach ein AfD-Abziehbild in Holo. Das ist ein Holo-AfD-Abziehbild. Weißt du? Obwohl, nee, es ist nicht Holo, es ist Common. Natürlich, wir machen den Vergleich auch mit Karten, wir gehen den ganzen Kack. Es ist kein Holo. Das ist ein Common, das ist ein Yu-Gi-Oh! Booster. Ich weiß nicht, warum ich heute so Yu-Gi-Oh! bin, Dinger. Das ist ein Yu-Gi-Oh! Booster, den du aufmachst und das ist die erste Karte, die du ziehst und das ist irgendein, weißt du, das ist irgendein Common. Das benutzt du nie in deinem Deck. Das hat keinerlei, das sieht nicht mal gut aus. Das ist irgendeine Karte aus dem Starterdeck. Wirklich Schmutz und packst du zurück in irgendein, fast irgendwo hin. Das ist der Common Yu-Gi-Oh! Booster der AfD. Rentner. Und dazu kommt, immer mehr Menschen gehen studieren, immer weniger Menschen zahlen mit 16, 17 schon in die Rentenkassen ein. Also kurzum, wir haben viel zu wenig Arbeiter für viel zu viele Rentner. Das ist das Problem. Genau, deswegen hat man gesagt, wir müssen viele Arbeitskräfte hier reinholen, wovon, ja, wahrscheinlich gerade bei 5% arbeiten. Genau das. Wir brauchen mehr Menschen, die nach Deutschland kommen und gewillt sind, hier zu arbeiten. Nein. Nein. Brauchen wir nicht. Deutsche müssen nur mehr Kinder kriegen. Dummerweise gehen immer mehr Deutsche in den Ausland, die gearbeitet haben, hier auch wirklich guten Einkommen hatten und auch Firmen gehen in den Ausland und dadurch wird Deutschland immer schwächer und ja. Warte mal, hat er gerade gesagt, es dürfen nicht mehr Leute reinkommen, weil so viele Leute rausgehen? Hä? Ja, dadurch werden wir ärmer. Ein weiteres Argument dafür, dass wir mehr Leute brauchen, die in Deutschland arbeiten? Nee, aber keine, keine Leute, die hier reinkommen und sich nur bezahlen lassen und nix tun. Wie viele sind das denn? Das ist, das ist, von den ganzen Leuten, die hier reinkommen, kann ich dir das sagen, 70% machen nix. Die arbeiten hier gar nix, sondern die lassen sich hier nur vom Sozialstaat hier bedienen und das ist ein riesen Problem und auch wenn dein Chat jetzt schon wieder anfängt hier großartig rumzukotzen, tut mir leid, das ist halt wirklich, ja. Das ist die Wahrheit, ja, klar. Schade, dass du linksextrem bist. Wärst du links, dann wärst du vielleicht ein bisschen kooperativer. Ja. Das ist aber auch kein Problem, denn mit der Remigration würde sich das mit den Linksextremen ja auch erledigen. Ich meine, du bist ja jetzt auch in Ordnung, du redest auch mit mir wirklich normal, musst du dir das auch lassen, ist auch alles gut, aber dein Chat geht mir irgendwie auf den Senker, wie die da raushauen, weil sie einfach nicht blicken, man kann auch mal normal reden, man kann auch mal normal diskutieren und man kann auch sich überzeugen lassen. Er meint, dass die Lösung nicht ist, dass mehr hineinkommen, sondern dass die Lösung ist, dass weniger Leute rausgehen. Ja, das ist ja keine Lösung. Wenn weniger Leute rausgehen, hast du ja immer noch den bestehenden Jetzt-Mangel. Das ist ja keine Lösung. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Oder sonst was. Ich weiß, du lässt dich nicht überzeugen. Ich kann dir sagen, was ich will. Du würdest dich wahrscheinlich niemals überzeugen lassen. Spiegel. Klar. Andersrum ist aber auch genauso. Ich würde mich jetzt von dir auch nicht überzeugen lassen, weil mein Linksradikal finde ich jetzt auch ein bisschen extrem. Ich bin nicht Rechtsradikal. Ich bin rechts. Aber zum Glück Aria. Also nur schon mal sortiert. Nur schon mal sortiert. Er will nichts damit machen. Er hat das nur schon mal festgestellt. Nicht, dass irgendjemand was nachsagt. Und nicht rechtsradikal. Aber dieses Bedenken haben... Timo! Grüße! Du guckst ja das Video immer noch. Du schneidest ja immer noch. Wir sind bei der Halbzeit. Wehe, das Video ist nicht grün. Wehe, das Video ist nicht grün. Das muss grün sein. Er hat viele Leute hier. Und auch ältere Leute. Mehr ältere Leute als die jüngeren Leute. Die jüngeren seid da anders aufgezogen worden. Auch von den Schulen her und so weiter. Mein Papa ist sehr viel älter als du und der ist seit einer der strammsten und stabilsten und besten Kommunisten, die ich kenne. Also man kann auch Glück haben. Ja, äh, klar, ich hatte vielleicht Glück und du nicht, aber, ähm, weißt du, ähm, das mit diesen Antifa, ähm, ich finde es, ich finde es schlimm, wenn man Leute, äh, verschlagen muss oder krankenhausreif schlägt. Da ist, äh, Pegida gar nicht so. No fucking way. No fucking way. No fucking way. Das ist, ähm, da muss Karl aber kämpfen, Alter. Da muss er aber kämpfen gerade. Da muss er aber kämpfen. Da ist Antifa richtig heftig. Ja. Da ist Pegida gar nicht so. Ah, die gute Pegida. Und ich finde es schade. Warum? Warum muss man so extrem sein? Schon extrem wichtig, Rechtsextreme extrem zu bekämpfen, ehrlich gesagt. Das ist ja der Grund, warum so viele Leute auf der Straße sind und sich jetzt langsam mal zusammentun und protestieren und sagen, ey, diese Fascherschweine, die müssen sich jetzt mal verp***sen, Alter. Die sollen ja nicht denken, dass sie in irgendeiner Mehrheit sind, weil wir räumen schon schön mit denen auf. Und das ist schon sehr richtig und wichtig, ne? Richtig und wichtig. Also, ähm, Leute, wir leben alle im gleichen Land und wir haben vielleicht auch nicht mehr lange, aber, also, nee, nee, der hat also nur schon mal vorsortiert. Alle bald die gleichen Sorgen für die Zukunft. Hoffentlich. Und jeder, ja, und jeder versucht, jeder versucht auch in Zukunft den besten Weg zu finden. Klar, wir sind alle nicht der gleichen Meinung, aber deswegen muss man nicht aufeinander einschlagen. Das, das muss nicht sein. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das sehe ich genauso. weil das, was ihr für diese Ausländer macht, die jetzt zu uns hier reinkommen und Ausländer ist jetzt nicht negativ bezeichnet, sollte doch aber auch für eure Landsmänner sein. Wann kämpfen die Linken endlich für die Rechten? Ich habe eine Idee, Digga, und ich will den einfach mal einbringen, weil das ist wichtig. Und das gilt für alle Landsmänner da draußen, Kameraden, Arier. Wisst ihr, wie ihr die Linken am besten bekämpft? Viele aus meinem Chat wissen das schon. Indem ihr die Rechten bekämpft, denn es gibt keinen effektiveren Kampf gegen Linke, also es gibt nichts Effektiveres, als Linke zu bekämpfen, indem man die Rechten bekämpft. Denn wenn die Rechten nicht da sind, gibt es die Linken nicht mehr, weil die ja nur da sind, um gegen Rechte zu kämpfen. Und die Rechten kämpfen gegen Ausländer, also und gegen die Linken, also und die Demokratie, also und alles, was nicht arisch ist. Was ich damit loswergen will, ist, die effektivste Arbeit, um Linke zu schlagen, ist, Rechte loszuwerden. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Aber warum wird immer gesagt, dass ihr, gerade Antifa-Anhänger, die Deutschen hast? Warum? Warum werden da Flaggen aufgehängt, Deutschland verrecke, Harris Bomber, come again, warum macht ihr sowas? Das ist mal die Frage an euch. Das ist Systemkritik. Also Linke und vor allem Linksradikale haben jetzt nichts Spezielles gegen Deutschland, sondern gegen Staaten. Also wir, also ich persönlich predige internationale Solidarität, das heißt ein sozialistischer Weltverband, also man sorgt dafür, dass die Ressourcen, die man zur Verfügung hat, solidarisch auf alle Menschen auf dem Planeten verteilt werden und das Ganze funktioniert eben nicht mit diesem Mein-Dein-Staaten-Konzept. Und deswegen bin ich gegen Staaten, ich bin gegen Deutschland, ich bin gegen Grenzen und Deutschland verrecke ist ohnehin etwas, das genannt wird. Weißt du, was die Soldaten im Ersten Weltkrieg gesagt haben, bevor sie rausgezogen sind? Also was so deren Losung gewesen ist? Nee. Deutschland muss leben, auch wenn wir sterben müssen. Das ist die, das ist so die Losung gewesen, die sehr viele Soldaten nationalistisch mit auf den Weg bekommen. Also man stirbt, man gibt sein eigenes Leben für eine Nation, für einen Staat, für etwas, das in deren Rhetorik lebendig ist. Und Linke gehen eben nicht davon aus, dass der Staat als solches lebendig ist, sondern dass die Menschen lebendig sind. Und deswegen wurde aus, Deutschland muss leben, auch wenn wir sterben müssen, wird Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Und das ist so die systemische Ablehnung gegen Staaten, gegen Nationen. Das rafft er nicht. Und dann im deutschsprachigen Raum auch gegen Deutschland. Entschuldigung, mit Harry's Bomber Come Again, da tut er nicht die Staaten angreifen, damit tut er die Bevölkerung angreifen. Ja, ich sag das auch nicht. Harry's Bomber Come Again willst du von mir nicht hören. Von mir hörst du, wenn überhaupt, dass Stalin eben einen Parkplatz Aber viele viele in deinem Kreis tun das. Viele in deinem Kreis tun das. Ich mach's halt mit dem T34. Also ich wünsch mir halt den T34 wieder und nicht Harris Bomber. Ich mag Engländer nicht so besonders. Aber es liegt auch daran, weil ich in Irland lebe. Also da haben wir nochmal einen ganz anderen Bezug. T34, T34. Oh mein Gott. Oh mein Gott. T34 sagt mir jetzt tatsächlich nichts. Das sagt mir nichts. Ich kann es ehrlich zugeben, aber ist wahrscheinlich auch irgendein Ablauf Bomber. Was ist das für ein Vieh Traum? Leck mich am Alter. Oh mein Gott, Alter. Karl, Ansage an dich. Du spielst zu viel Iron Hearts. Hör endlich auf. Ich hab deine Stunden gesehen. Karl hat mir den letzten Screenshot geschickt. Warte, wie viele Stunden sind's? Du Dreckschwein. 3.779 Stunden. Hör endlich auf, Karl. All Hearts of Iron hier. Hör endlich auf. Du musst aufhören, Karl. Ach du Scheiße. Das wirkt sich auf dich aus. Ist das krass. Oh mein Gott. Spiel Po- Ich wollte gerade sagen, spiel Pokémon Snap. Spiel Marvel Snap. Da kannst du wenigstens, also ne, da kannst du zumindest nicht aus Deutschland einen Parkplatz machen. Nö, nö, nö. Ist, ähm, ja, also lustig, dass du, lustig, dass du von, von Gewaltstraftaten gesprochen hast und dass ja Gewalt nicht vonnöten ist. Jetzt haben wir, wenn wir über politisch motivierte Kriminalität sprechen, haben wir da ein sehr, sehr eindeutiges Gefälle und zwar auf der rechten Seite. Also, wenn wir darüber sprechen, dass wir politisch motivierte Gewalt aufhalten, dann sollten wir uns eher Ich muss Ich muss mir die Tränen aus dem Gesicht wischen, Digga. An den Rechten orientieren, denn die Rechten sind diejenigen, die gewalttätig werden. Die Rechten sind die, die morden. Die Rechten sind die, Warte mal, wo haben die gemordet? Knapp 500 Mal in den letzten 10 Jahren. Ich sehe immer nur Attentate an AfD-Politiker. Komisch, wenn man das nur sieht. Da kann man Walter Lübcke mal außer Acht lassen. Die Die NSU versucht wurden zu töten und so. Die Dünermorde. Aber Walter Lübcke sagt ihr das was? Ja. Walter Lübcke wurde ermordet, ne? Ja. Der letzte Politiker, der in Deutschland ermordet worden ist. Von wem? Stefan E. Keine Ahnung. Ich bin reich und ich sch*** auf alles. Ein Nazi, ja? Der Gentleman. Ein Nazi. Ey, pass auf. Oh Gott, jetzt kurz. Lass uns bitte nicht den Begriff Nazi verharmlosen, bitte. Sag das nicht. Weißt du, du verwechselst gerade aber ein bisschen dir rechts mit Nazi. Nein, 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 natürlich nicht. Wenn wir über Todesopfer politisch motivierter Gewalt sprechen, dann sprechen wir in Deutschland von einer sehr, sehr eindeutigen Statistik. Wenn du sagst, linke Morden, dann stimmt das einfach nicht. Wir haben von 1990 bis 2020 haben wir vier links motivierte Todesopfer politisch motivierter Gewalt. Und wir haben 198 rechtspolitisch motivierte Morde. Wo holst du das jetzt schon wieder her? Wo holst du das jetzt schon wieder her? Die Quelle wird doch nicht anerkennen. Das ist Amadeo Antonio Stiftung. Die tracken das. Ja, 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 ja. Also, du, pass auf, auf solche Zahlen kann ich leider nicht ausgehen. Und ich weiß, dein Chat wird jetzt gleich, wie dumm ist der eigentlich und sonst was. Nein, auf sowas gehe ich nicht aus. Hast du denn, ich bin da, ich bin da, ich bin da offen. Hast du andere Zahlen für mich? Äh, nee, tatsächlich. So, solche Zahlen habe ich jetzt nicht rausgeholt. Aber ich habe gesehen, wie viel Morddrohung oder Beschädigung oder sonst was an AfD-Politiker Alice Weidel und so weiter gemacht wurden. Ähm, da wir jetzt auch keine Zahlen. Wie oft wurde Alice Weidel ermordet? Seit 1990? Nein, Gott, was ist das jetzt für eine blöde Frage. Allein schon die Attentaten, was sie auf sie gemacht haben, mit ihrem Auto verbrannt und was weiß noch alles. Ähm, äh, das zählt doch auch schon dazu, dass es, äh, schon... Boah, ich hätte fast den, ich hätte fast den Tag zu einem Feiertag erklärt, Alice Weidel ist tot. Aber, ne, es ist ein Gentleman, das war eine hypothetische Aussage. Eine hypothetische. Mach den Sektflaschen wieder zu. Richtig extremisch. Und, ähm, ganz ehrlich, ich hasse jede Art von Gewalt, äh, jeglicher Person gegenüber, ähm, weil ich Gewalt verabscheue. Also Gewalt... Jetzt haben wir, jetzt kann ich dich, jetzt hast du ja den, die, die, die einzigartige Möglichkeit, ähm, in den Kopf eines Linksradikalen einzudringen. Ähm, jetzt, weil, was, was das angeht, habe ich eine Frage an dich. Du bist gegen Gewalt, ne, und ich bin auch gegen Gewalt. Ich finde Gewalt sogar so, dass ich vegan lebe. Ne, ich will noch nicht mal gewalttätig fressen. Hm. Jetzt stehen wir in Rostock-Lichtenhagen, 1992. Und jetzt haben wir da eine, eine, eine Horde von Menschen, die mit Brandbomben versuchen, ein Flüchtlingsheim anzuzünden, wo die Flüchtlinge selbst noch drin sitzen. Also, da stehen Menschen, die andere Menschen ermorden wollen. Wie hältst du die auf? Und wo war das, bitte? Komplett, also ja. Rostock-Lichtenhagen. Oder, oder. Ähm, pass mal auf. Ähm, ich kenne die Reportage jetzt da noch nicht so ganz genau mit Lichtenhagen. Aber, soweit ich weiß, haben die ganzen Flüchtlinge ihr Asylentenheimes selber in die, in die Luft gejagt. Äh, weil sie damit nicht zufrieden waren, wie sie da leben. Und, ähm... Warte, bitte, warte! Bitte, verschone mich! Was, bitte? Hat der, was hat der gerade gesagt? Ich habe auf meine Maus gespuckt. Oh, nee, Digga, das sieht aus hier. Aber, oh, f***. Oh, nee, Digga! Aber, soweit ich weiß, haben die ganzen Flüchtlinge ihr Asylentenheimes selber in die, in die Luft gejagt. Äh, weil sie damit nicht zufrieden waren, wie sie da leben. Und... Das gibt's gar nicht. Das gibt es doch nicht. Das ist ja nicht normal. Ähm, ja. Also, Entschuldigung. Lichtenhagen, kann ich dir jetzt... 1992 war das. Also, das ist... Also, das ist... Das ist... Ich weiß, ich bin dumm. Ich bin dumm und... Hab ich nicht gesagt. Hab ich mit keiner... Nee, nee, nee. Nee, nee, ich antworte mit deinem Chat, weil die sind ja immer so freundlich. Gott, ist das ein dummer Mensch. Alter, ist das ein dummer, dummer Mensch. Wow. Äh, wie man das sieht. Ja, aber dann konzentrier dich doch auf mich. Ich bin doch freundlich. Ja, ja, das finde ich auch gut so. Ich wünschte, dein Chat wäre auch mal ein bisschen freundlicher und würde ein bisschen produktiver darauf eingehen, anstatt die ganze Zeit immer nur zu schreiben, wie dumm, keine Ahnung, Idiot. Das Problem mit Produktivität ist, Produktivität setzt in den meisten Fällen immer ein gemeinsames Fundament voraus. Also, um produktiv arbeiten zu können, musst du dich ja darauf einigen, dass gewisse Dinge gegeben sind. Und, ähm, wenn du Zahlen nicht anerkennst, wenn du Studien nicht anerkennst, wenn du, wenn du nichts von denen... Nein, kann man auch heutzutage nicht mehr. Äh, guck mal, was Spiegel, äh, äh, reportiert. Guck mal, da war zum Beispiel Rechtsdemonstration in Köln. Ich möchte mal ganz kurz, ich will das nicht aus Acht lassen, aber der hat gerade gesagt, dass das, was 1992 im Rostock-Lichtenhagen passiert ist mit dem dokumentierten Aufzug von rechtsextremen Gewaltverbrechern, die ein Geflüchtetenheim angezündet haben, sich davor versammelt haben und die Einsatzkräfte vollkommen hilflos waren, das hat er gerade abgetan mit, das waren die selber. Und, das ist ganz schön krass. Also, das ist wirklich, selbst für dieses Video ist das krass. Das ist krass für dieses Video. Was machen die? Die tun gleich mal das Bild manipulieren und tun über diesen Fluss noch mehr Leute draufhauen, äh, anstatt, es war schon mehr als genug. Man hätte nicht noch das Manipulieren müssen. Da war nichts manipuliert. Doch, natürlich, ich kann, ich, das kann ich dir sogar... Ach, du Scheiße, Alter. ...beweisen. Gut, stimmt. Das kann ich dir sogar beweisen. Wenn du willst, dann... Ja, will ich. Ja, also, da wurde ein Bild gezeigt, in Köln, wie die Demonstranten da über dem Fluss noch standen, obwohl sie da gar nicht stehen. Der Grund, warum er Köln sagt ist, weil er nicht erkennen kann, dass es Hamburg ist. Köln. Hamburg, meinst du. War... Nee, nee, ich glaub, das war Köln. Ja, ich weiß, dass es Hamburg war. Du weißt sogar noch, wo es war, okay? Ja. Dann weißt du ja, wo es auch manipuliert war, okay? Warum muss ich dann da noch großartig was sagen? Nee, es war nicht manipuliert. Das nennt sich Perspektive. Das ist, wenn man Bilder aus unterschiedlichen Winkeln macht, dann verschwinden oftmals Dinge. Nee, 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 es gibt genau die gleichen Winkel, wo das dann nicht mehr so war. Also, ähm, ja gut, ich hab jetzt dir zum Beispiel grad speziell das Bild von Bild. Ähm, kann ich dir in deinen Discord Bilder schicken? Ja, ich denk mal schon, irgendwie wird es wohl funktionieren. Ja, da wüsste ich auch, ich schreib dir ja die ganze Zeit die Quellen von den Aussagen, die ich hier tätige. Da kannst du es ja einfach rein. Ja, warte. Ähm... Das Bild von der Bild. Ich schreib's dir privat jetzt hier. Genau. So. Hier, dieses Bild ist manipuliert. Ich hab's dir jetzt einfach direkt geschickt. Dieses Bild ist manipuliert. Das geht... Ähm, leider hab ich jetzt da einen kleinen Ausschnitt. Die sind da hinten drüber hinweg über dieses Ding. Über die Brücke. Ja. Und das ist nicht korrekt. Und, ähm, das ist einfach ein nerviges Ding. Oh, pass mal auf. Ähm, da hab ich dir noch ein besseres Dings, wenn ich das dir kurz schicken darf. Pass auf, das hier ist noch viel eindeutiger. Da zeigen sie auch dieses Fake. Also du... Also in dem SWR-Faktencheck, den du mir gerade geschickt hast, wird ja... Also der Faktencheck, der sagt ja, dass das eben nicht gefakt ist. Es ist unfassbar. Der hat das gerade legit geschickt und hat sich das nicht durchgelesen. Naja, ähm, die... Ja, genau, das sagen die. SWR 3. Genau. Genau. SWR 3. Also wenn du dir... Also wenn du den Artikel liest, dann wirst du feststellen, dass die da einfach nur Perspektive erklären. Ja. Und sagen, ja, wenn man halt Bilder aus unterschiedlichen Winkeln aufnimmt, dann werden manchmal mehr und manchmal weniger Dinge zu sehen sein. Ja. Natürlich. Das steht da ja auch. Ja, okay, äh, lassen wir es so stehen, weil... Unglaublich. In diesen Dings werden wir halt auch nicht unbedingt weiterkommen, weil ich bin da halt anderer Meinung. So, und jetzt kommen wir wieder an einen kritischen Punkt anderer Meinung. Die Faktenlage ist eindeutig. Die zugrunde liegenden Informationen geben dir alles, um zu dem... Zu einem Schluss zu kommen, der auf derselben... Auf demselben Fundament aufbaut. Nämlich auf den gezeigten Informationen, die dein Gehirn verarbeitet. Und das ist auch etwas, was in 2024 nicht mehr funktioniert. Die Anerkennung von Fakten, die als Grundlage genutzt werden muss, um eine diverse Diskussion zu führen. Hier sieht man in dem gesamten Gespräch, das verfolgen wir jetzt schon seit einer Stunde neun Minuten und die Reaktion wird deutlich länger sein. Hier sehen wir sehr, sehr gut, dass alles abgelehnt wird. Alles. Es wurde ja rigoros alles abgelehnt. Das hier ist abgelehnt, das davor. Alles wurde abgelehnt. Das... Wie weit geht das? Es wird abgelehnt, dass die Ukraine auf dem europäischen Kontinent ist. Das wird abgelehnt. Das hat Auswüchse angenommen in einem Level, das man sich nicht vorstellen kann. Und das ist so weit, dass der hier eine Quelle verlinkt, um zu beweisen, dass sein Punkt ja richtig ist. Die Quelle widerspricht seinem Punkt und er sagt daraufhin, angesprochen, dass das so ist, naja, ist ja auch SWR 3. Konsequenz ist, du holst diese Leute nicht zurück von nichts. Sich darauf zu konzentrieren, irgendwen von denen zurückzuholen, ist verschwendete Zeit. Sachbezogene Politik, die ein Ziel hat, die sich um die Dinge kümmert, die nicht auf Basis von solchen... Also, wie willst du denn um die Aufmerksamkeit von solchen Leuten buhlen? Das funktioniert doch nicht. Wie willst du es machen? Die lehnen alles ab. Alles. Die sind nicht mehr zu retten. Dieser Mensch, Jimmy, wie er sich auch immer genannt hat, ist nicht zu retten. Der ist nicht zurückzubekommen. Der wird nicht eine andere Partei wählen und der wird sich auch nicht von irgendwas beeindrucken lassen. Der wählt Rechtsextreme, weil der glauben will, dass das die Lösung ist. Aber ein Protestwähler ist das nicht. Das ist halt jemand, der offenkundig hier auch schon mehrmals gesagt hat, dass er auch mal Leute zwischen arisch und unarisch sortiert. Also lasst euch von diesem Blabla, von wegen, ja, ja, die Protestwähler, wir müssen die nur zurückgewinnen, das sind nicht alles Nazis. Lasst euch da nicht in die Irre führen. Denn ich bin felsenfest davon überzeugt, auf Basis der Erfahrungen, die ich auch mit so vielen Leuten, die sich in solchen irren Ideologien verlaufen haben, die gleiche Argumentation, immer dasselbe. Das ist einfach ein Abziehbild des durchschnittlichen AfD-Wählers. Es ist dumm, ungebildet, aber das ist nicht der Grund, warum der so ist. Seiner Aussage nach war er ja vorher schon CDU-Wähler und da wird er auch dumm gewesen sein. Aber er hat gelernt, im Kollektiv, mit anderen zusammen, Fakten vollkommen zu misstrauen. Allen, egal was passiert. Don't trust anyone. Niemanden, außer den eigenen Leuten. Es mag jetzt aber auch nicht daran hängen, an dieser Sache. Auch wenn ich dir jetzt da kein Unrecht geben will und wenn wir das einfach so dabei lassen. Aber es ist ein Dings... Klar, dieses Dings, was es jetzt mit AfD gab, weißt du, da waren drei AfD-Personen und vier AfD-CDU-Personen vorhanden in diesen Geheimtreffen, worum auch diese Rechtsdemo geht. Aber es wird um AfD hier wieder großartig diskutiert. Aber CDU, ja, das ist ganz egal. Hä? Das sind ja zwei Leute, die eher dem Werte-Unionsflügel zuzuordnen sind und... ...gegen die wird ja genauso vorgegangen und protestiert. Ja, aber nicht so wie gegen die AfD. Das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, dass die AfD derzeit bei über 20% liegt und in vielen Ländern Deutschland bedauerlicherweise kurz vor Regierungsverantwortung ist. Das hat ja was mit Prioritäten von Problemen zu tun. Ja, nicht traurigerweise zum Glück. Entschuldigung, dass ich das jetzt auch so sage, weil ich finde, das ist gut. Also, ich meine, das mag dir ja klar sein, dass... Und jetzt ist es wichtig, und das sollte jeder Demokrat vollkommen... Das ist eine Erwartungshaltung, die ich an jeden von euch habe. Hier zu widersprechen, erwarte ich von jedem. Das ist eine Erwartungshaltung von mir. Da nicht zu widersprechen, da haben wir ein Problem. Mit dem konform zu gehen, nach all dem, was man gehört hat, mit dem konform zu gehen, wenn man sich hinter all das stellt, was man hier gesagt hat, dann haben wir ein Problem. Das ist einfach meine Erwartungshaltung. Will ich auch ganz klar sagen. Und Gott sei Dank, und da kann ich auch mal was Positives sagen, das scheint ja einen sehr traurigen Vibe zu haben, aber guck mal, was der redet und warum haben die so viele Wahlen. Gott sei Dank. Und ich möchte sagen, das habe ich noch nie so gespürt. Ich kann mit Nationalitäten und Patriotismus nichts wirklich anfangen. Aber ich komme ja aus Deutschland. Nach den Demonstrationen und der Bewegung, die sich gebildet hat, die verstanden hat, was diese Korrektivrecherche mit dem Treffen in Potsdam bedeutet und was da geplant wird und was da eigentlich besprochen wurde und wie danach auch sich verhalten wurde und wie sich das alles entfaltet. Ich bin sehr stolz auf diese Bewegung und das auch deutschlandweit. Sowohl im Osten als im Westen, im Norden, im Süden, da bin ich wirklich stolz drauf. Das kann ich einfach sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich da auf so einen gemeinsamen Länder mal runterkommen kann, aber da bin ich wirklich stolz drauf. Denn da haben sich Millionen Menschen hingesetzt und haben gesagt, das reicht jetzt. Das geht nicht. Und da kann ich keine negativen Worte finden. Das ist was sehr Positives. Das ist was Hoffnungsvolles. Die sind nicht mehr. Das sind die nicht. Und die Belege sind alles, was die letzten Wochen passiert ist. Und das hört nicht auf. Was auch nun wieder zeigt, dass die Leute sehr wohl verstanden haben, was da eigentlich im Kern geplant wird. Es gibt viel mehr Leute, die gegen all das sind, was dieser Trottel, mit allen nötigen Respekt, aber das ist er nun wirklich, dieser Jimmy hier von sich gibt. Und das ist auch gut so. Bis zum nächsten Mal.